Hey! Ein kreativer Job im Multimedia-Bereich? Wie findest du? Ich bin Elia und ich mache meine Ausbildung zum Mediamatiker, um Profis zu werden im Bereich digitaler Kommunikation. Ich erfahre fast jeden Tag etwas Neues über meinen Beruf. Ich lehre, wie man Webseiten und Content für Social Media entwickelt, kann grafische Darstellungen entwerfen und natürlich auch Fotos und Videos erstellen. Das macht Spass. Im Kommunikationsteam kann ich auf qualifizierte Leute zählen, die mich in meiner Lehre unterstützen. Zusammen mit den anderen 20 Lernenden verwalte ich unseren Instagram-Kanal für Junge. Hier höre ich dazu. Und du? Hast eine blühende Fantasie und bist teamfähig? Ausbildung hier ist nicht nur ein Job. Du leitest einen Beitrag für sinnvolle Zukunftsprojekte. Hey, komm auch du zu uns! Hey, komm auch du zu uns!